Im Studio Michael Marx Willkommen bei Newstime Gastreis, Bremse, Abwehr, Schirme und noch dies und das als Entlastung gegen Energiekrise und Horrorinflation Die Versprechen der Politik sind groß, die Erwartungen der Menschen auch Der Geldbedarf für den vielbeschworenen Doppelbums erst recht Wer soll wie viel für was bezahlen? Fragen vor allem die Länder beim Gipfel mit dem Bund Es gibt noch viele Fragen gleich Was ist ein Plan? Weitere Entlastungspakete für Bürger und Unternehmen und eine 200 Milliarden Euro Preisbremse für Gas und Strom Der Kanzler klopft und muss den Chefs und Chefinnen der Länder jetzt erklären Was einem Doppelbums im Detail aussieht Vorab lobt er seine Maßnahmen Insgesamt ein sehr ausgewogenes, ein sehr kluges, ein sehr entschiedenes Paket Das aber dazu dient, die Preise so lange unten zu halten und erträglich zu halten Für die Bürger oder für die Unternehmen, wie es diese Herausforderung gibt Die Länder drängen jetzt vor allem auf Geschwindigkeit Die Gaspreisbremse etwa müssen so schnell wie möglich kommen Das gilt auch für die zusätzliche Hilfe über das Wohngeld, die der Bund groß angekündigt hatte Jetzt müsse er diese dann bitte auch alleine bezahlen, so die Länder Mehr Geld wollen die auch für einen möglichen Nachfolger des 9-Euro-Tickets Die bisher vor Bund angebotenen Mittel von rund 1,5 Milliarden Euro sind ihnen zu wenig Die große Redenanzzeit, wie wichtig so ein Ticket ist, wie sehr die Menschen das brauchen Und es ist nicht nur für bessere Mobilität und Klimaschutz, sondern auch für soziale Teilhabe Echte Entlastung in der Bevölkerung Umso wichtiger, dass wir eben ein solches Anschlussziegel auch bundesweit bekommen Der Krieg in der Ukraine treibt zudem die Flüchtlingszahlen wieder hoch Die Länder fordern daher auch hier zusätzliche Finanzhilfenverbund für die Unterbringung der Geflüchtigten Im Angriff gegen die Ukraine halten die Probleme Russland an der Front und Wachen An der Gegenoffensive verwendet Kiew Schritt für Schritt Erfolge Atomdrohungen des russischen Präsidenten kritisierte Außenministerin Pherdok dabei als Erpressungsversuch Bevor hatte Spekulationen über einen vermeintlichen russischen Zug mit atomaren Wacken Richtung Ukraine gekippt Jeder Ante ist es Nur eine Militärübung oder atomare Eskalation Dieses Video von einem Zug voll beladen mit schweren militärischen Geräten auf dem Weg in die Ukraine Sorgt für Aufregung und bilden angeblich Fahrzeuge einer russischen Spezialeinheit Die für die Bereitstellung von Waffen für die strategischen Raketendruppen zuständig ist Also auch für Atomwaffen Was wir sehen können, sind gepanzerte Radfahrzeuge mit einer 30mm-Kanone und Granatdapern ausgestattet Die sollen ihnen dafür sorgen, dass keiner in die Nähe von der Waffen kommt Zwar halten Militärexperten den Einsatz einer großen strategischen Atombombe durch Russland für nahezu ausgeschlossen, nicht aber den Abschluss kleinerer taktischer Sprengkaktor, so genannter Mini-Mix Werden diese dann z.B. in der Luft über feindlichen Linien in einer Stadt gezündet würden sich tödliche Strahlung, Hitze und Zerstörung nur über ein begrenztes Kippen verteilen Besonders nach dem Lübsten widerfahren der Russen und den Problemen bei der Teilnehmigung sieht Putin möglicherweise nicht mehr an zu vielen Alternativen stehen oder zu zwang All das führt dazu, dass man natürlich über diese Option nachdenken muss Sie bleiben aus restlicherer Sicht rational Aber wir sollten sie in der Wahrscheinlichkeitsskala nicht auch nur umsetzen Sie wollten höher und wir müssen jetzt sehr, sehr vorsichtig fahren Zumal zeitgleich mit dem Zug nach Erkenntnissen der NATO ein hochmodernes russisches Atom-U-Boot seinen Stiftung und den Weißen Meer verlassen haben soll und sich auch im Weg in die Arktis befindet Atomale Eskalation oder am Ende doch nur eine Militärübung Derzeit ist dort alles möglich Auf bis zu 230 Sachen beschleunigte er seinen 510 PS starken Sportwagen und betrugten sein Kumpelszeigen nicht schneller Deswegen starben beim Frontal-Crash auf einer Bundesstraße in Brandenburg zwei Menschen, zwei weitere wurden verlässt So der Vorwurf der Staatsanwältin, die einen 24-jährigen mutmaßlichen Raser in Neuruppin nun gegen Mordes anklagt Mit einem schwarzen Aktenordner vor dem Gesicht betritt der junge Mann den Gerichtssaal Nach seiner tödlichen Raserfahrt im vergangenen Jahr muss er sich nun unter anderem wegen Mordes vor Gericht verantworten Dazu ist die Staatsanwaltschaft der Ansicht Der Angeklagte habe sich in selbstsüchtiger und rücksichtsloser Weise über das Lebensrecht anderer Verkehrsteilnehmer hinweggesetzt so dass die Tat besonders verwerflich sei Dies erfüllt nach Auffassung der Staatsanwaltschaft das Mord manchmal der niedrigen Beweggründe Rückblick Im Juli 2021 hatte sich der damals 23-Jährige einen hochmotorisierten Wagen von seinem Arbeitgeber geniehen Nach einer Party setzte er sich stark alkoholisiert ans Steuer und wollte seinem Beifahrer zeigen, wie schnell das Auto fahren kann Dabei verlor an einer Kurve die Kontrolle und raste in einen Skoda Darin saßen zwei Frauen, die sofort starben Eine der beiden war im sechsten Monat schwanger Auch ihr ungeborenes Kind konnte nicht gerettet werden Zwei weitere Insassen wurden schwer verletzt aus dem Brat vor Freit Nach dem Unfall flüchtet der Mann zu Fuß, kann jedoch wenig später von der Polizei gefasst werden Dem vermeintlichen Täter heute gegenüber zu sitzen ist für die Angehörigen der Opfer nicht leicht Zum Prozessauftakt trugen sie Shirts mit den Namen der verstorbenen Frauen und dem ungeborenen Baby Ich glaube, dass wir alle Kraft oder Mut zusammengenommen haben Um auch zu verstehen, was da geschehen ist Denn mit dem vermeintlichen Täter gab es ja noch kein Gespräch Es gab auch keine Entschuldigung bisher Auch hier haben sie erlebt, dass es keine Entschuldigung gab Die Anklageliste der Staatsanwaltschaft ist blank Dem Mann wird Mord, versuchter Mord und Gefährdung des Straßenverkehrs durch verbotenes Alleinrasen vorgeworfen Sollte der Angeklagte tatsächlich als Mörder verurteilt werden, droht ihm lebenslange Haft Bond ist tot, es lebe Bond, James Bond 60 unvergessliche Jahre lebt 007 schon im Kino Macho, Showbie, Womanizer und natürlich Superspion mit der Lizenz zum Töten Doch die Jahrzehnte sind auch an dem Agenten im Dienst ihrer Majestät nicht spurlos vorbeigegangen Nach dem jüngsten Leinwandtod muss sich der berühmte Schurkenjäger neu erfinden Von den Claves Mr... Bond James Bond Ein Bond mit vielen Gesichtern Als erster jagt Sean Connery 1962 Bösewicht Dr. No über die Kinoleinwand Und als Standard für die lässige Erscheinung des Agenten Und ob Macho oder von Leben gezeichnet Seit 60 Jahren ist 0x7 nicht mehr wegzudenken Ich glaube, manchmal sind es die Bösewichte, die das so faszinierend machen Dass man mal einen Blick gehabt in das Agentenleben Ich glaube, das ist einfach so eine andere Welt, in die die Leute gerne eintauchen würden Und der realistische Super-Elf Der seit 60 Jahren seinen Martini beschüttelt und nicht gerührt ringt Mit Ausnahme Bei dem die Frauen an seiner Seite mit der Zeit dankenswerterweise reifer, glücklicher und stärker geworden sind Und bei dem die Autos bis heute der Entbegriff von Extravagant und Coolness sind Der Nachbau eines Aston Martin DB5 ist erst vor kurzem für mehr als 3 Millionen Euro versteigert worden Und auch bei der Bond-Ausstattung in Wattenscheid, der wahren Geburtsstadt Bonds Darf der Morris Minor aus Red Vanderbilt nicht fehlen Genauso wie die Bond-Filme in unserer Gesellschaft nicht Die Bond-Filme sind schon Ikonen der Zeit jeweils gewesen Und wenn man sieht, die haben einige, viele Darsteller hier weltberief gemacht Und Craig war ja vorher als James Blunt wurde er benannt oder so ein bisschen verspottet Eher unbekannter Schauspieler in England Also der würde durch den Spontag einfach die Welt beginnen Und wer soll Nab sein, könnte nun die Welt retten? Ja, ich glaube es wäre eine Jane Bond Passt Ich glaube nicht, dass es eine Frau wird Ich glaube Idris Elba könnte es werden Nein, der ist nicht interessiert Die Produzenten haben angeblich auch noch nicht weiter gecastet Und wer auch immer es wird Der neue Bond steht ab sofort seit dem Tod der Queen wohl nicht mehr im Dienstegnirer Sondern seine neue Estate Und noch kurz zum Wetter Das startet morgen im Süden mit Nebel Tagsüber wird es aber verbreitet dann recht schön, nur an den Küsten bewölkt Am Abend fällt an der Nordsee etwas Regen Und es gibt bis zu 25 Grad im Südwesten Das war's von Newstime Heute schön am Tag auf ProSieben und bis morgen in der Süden Tschüss Übrigens Die Digitalisierung bietet auf dem Mittelstand jede Menge Chancen Und die passenden Lösungen dazu gibt's von IONOS Damit sie diese erfolgreich nutzen können Begleiten meine Kollegen und ich sie ganz persönlich und individuell Von der besten Internetadresse Über die eigene Website Bis zur Cloud Wir sind digital an ihrer Seite IONOS Domain Website Cloud Hallo zum ProSiebenwetter am 16. Juli 2050 Wir haben fast überall eine Tropennacht, teils nicht unter 27 Grad Selbst an der See bleibt es bei den sehr hohen Wassertemperaturen nicht angenehmer Ja und Abkühlung naht erstmal nicht Auch wenn sich tagsüber wieder kräftige Gewitter bilden Und sich durch die eingefahrene Wetterlage kaum bewegen Es drohen Überflutungen, besonders im Westen von Deutschland Im Osten ist es dagegen weiterhin viel zu trocken und extrem heiß In der Spitze sind es zu 44 Grad Tja genau so ein Sommerwetter dürfte im Jahr 2050 ein normaler Sommer sein Daran werden wir uns gewöhnt Wenn wir gleich viel CO2 so aktuell weiter ausstoßen Haben wir in 30 Jahren Und dann haben wir noch einen Sommerpflask